Fragst du dich, ob deine Tochter zu narzisstischem Verhalten neigt? Dann sind hier 10 Hinweise, die die erste Orientierung liefern. Hallo, ich bin Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Willkommen auf diesem Kanal, bei dem es um den Schutz vor toxischen Zeitgenossen wie Narzissten geht. Als Coach und Therapeut unterstütze ich Menschen, die es mit Narzissten und Co. sowie den Folgen zu tun haben. Und das in Berlin und online. Für Narzissmus typisches Verhalten ist bei Kindern, auch bei Töchtern, ziemlich normal. Doch wir erwarten normalerweise, dass mit zunehmendem Alter all das abnimmt. Typischerweise mit dem Eintritt in das Erwachsenenleben. Und naja, die Diskussion kann man woanders führen, wann das wirklich der Fall ist. In einigen Fällen bleibt Narzissmus jedoch bestehen oder verschlimmert sich sogar, was die Beziehung zu den Eltern. Und anderen Menschen belasten wird. 10 Anzeichen für eine Tochter mit ausgeprägten Narzissmus. In diesem Beitrag geht es um die Perspektive der Eltern und untersucht die 10 Anzeichen einer Tochter mit narzisstischen Merkmalen. Diese Anzeichen können zwar auch auf Söhne zutreffen, doch ich werde mich an dieser Stelle auf Töchter konzentrieren. Narzisstischer männlicher Nachwuchs hat schon einen umfangreichen Beitrag erhalten. Und es gibt durchaus einige Unterschiede. Es ist wichtig zu beachten, dass bei der Betrachtung der Anzeichen davon ausgegangen wird, dass die Eltern effektive, gute Arbeit geleistet haben, also gute Eltern sind. Mit all den Fallgruben, die Erziehung von Hause aus beinhaltet. Wenn sie es nicht sind, dann könnte das Verhalten auf andere Probleme hinweisen. Die Verhaltensweisen, die ich besprechen werde, basieren auf meiner therapeutischen Erfahrung und der Unterstützung als Coach. Das Vorhandensein eines oder mehrerer dieser Anzeichen bedeutet nicht, dass jemand definitiv narzisstisch ist. Und das reicht auch nicht für die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung aus, wobei ich ja regelmäßig darauf hinweise, dass es auf diesem Kanal um etwas anderes geht. Erster Hinweis. Ein hohes Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung. Ständige Suche nach Anerkennung und der Wunsch, andere zu beeindrucken, auch Eltern und Lehrer. Das kann bedeuten, dass gute Taten vollbracht werden, dass es darum geht, gute Noten zu erzielen. Und zwar in erster Linie, um Bewunderung zu halten und nicht, weil es der persönlichen Zufriedenheit, dem persönlichen Motiven entspricht. Narzisstische Töchter wollen, dass ihre Leister und ihre guten Taten bemerkt und bewundert werden. Sie wollen Lob bekommen. Zweitens, hält andere für neidisch auf sich. Narzisstische Töchter glauben, dass die Eltern eifersüchtig auf sie sind, sei es aufgrund ihrer Jugend, Schönheit, Beziehung und anderer Aspekte. Und sie können versuchen, Eifersucht zu provozieren, wenn sie denken, sie würden Gleichgültigkeit spüren. Drittens, die Verpackung ist ihnen wichtiger als der Inhalt. Bitte, ich spreche jetzt hier von extremen Ausprägungen. Ich denke, die meisten von uns könnten bei dem einen oder anderen Punkt selber ein kleines Häkchen machen. Hier geht es um Extreme. Solche Töchter sind extrem auf ihr Äußeres bedacht und sie glauben, dass sie attraktiver sind als ihre Eltern, als ihre Mitgeschwister. Und sie machen oft kritische Bemerkungen über das Aussehen oder das Alter der Eltern. Viertens, Ablehnung von Feedback. Schlechte Aufnahme von Feedback oder gar Kritik, was dazu führt, dass die Kritik als übertrieben abgetan wird, die Quelle wird diskreditiert, es werden Gegenangriffe gestartet oder Ausreden erfunden. Selbst bei recht offensichtlichen Themen, wo die Verantwortung ziemlich eindeutig ist. Wenn eine narzisstische Tochter beispielsweise dafür kritisiert wird, dass sie ihre Hausaufgaben nicht macht, dann könnte sie behaupten, dass die Eltern sie hassen oder nichts über moderne Bildung wissen. Fünftens, Neid. Es gibt diese übermäßige Eifersucht, dieser Neid auf Geschwister, etwas, das oft durch Behauptungen zum Ausdruck gebracht wird, dass die Eltern das andere Kind bevorzugen. Selbst wenn die narzisstische Tochter die Bevorzugte ist, kann und wird sie wahrscheinlich häufiger das Opfer spielen. Das reicht nicht. Sechstens, opportunistisches Verhalten. Wir haben hier diese böswürdige Parteinahme für einen Elternteil gegen den anderen, was zu harten Äußerungen und Anschuldigungen führen kann. Und dieses Verhalten kann zu langfristigem Gräufe und kann die Beziehung stark belasten, kann auch sehr opportunistische Formen annehmen, also wechseln. Je nachdem, welche Strategie gerade am Erfolgversprechendsten erscheint. Siebtens, übersteigert der Fokus auf die öffentliche Wahrnehmung. Narzisstische Töchter neigen zu übermäßiger Nutzung in sozialer Medien. Sie wollen Attraktivität und Beliebtheit zur Schau stellen, und zwar egal, ob das der Realität entspricht oder nicht. Die Bereitschaft, hier großen Einsatz zu zeigen, ist erstaunlich, gerade im Vergleich zum Einsatz in anderen Bereichen. Es gibt diese Suche nach Bestätigung. Der Wunsch nach Gefällt mir, nach Kommentaren, nach Bestätigung. Und das kann das Posten auch dramatischer oder sehr freizügiger Beiträge beinhalten. Der Vergleich von Leistung und das sehr ausgeprägten sozialen Medien und bei anderen Gelegenheiten, wo entsprechendes Publikum vorhanden ist. Achtens, Unzuverlässigkeit. Häufig gibt es die Weigerung, Anweisungen zu befolgen, was sich darin äußern kann, dass grundlegende Routinen oder Aufgaben wie pünktliches Zu-Bett-Gehen, Anziehen oder Hausaufgaben nicht erledigt werden. Es kann sogar Verhaltensweisen beinhalten, die andere gefährden. Beispielsweise die Geschwister. Wobei, ein solches Verhalten kann auch auf andere Probleme hinweisen, wie beispielsweise ADHS. Deshalb ist grundsätzlich bei all dem, was ich hier sage, Vorsicht geboten bei der Interpretation. Es sind Hinweise. Hinweise meinen, es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Neuntens, solche Töchter fühlen sich schnell herabgewürdigt. Narzisstische Töchter fühlen sich schnell erniedrigt. Sie haben das Gefühl, durch allerlei Dinge, Themen, Aufgaben herabgewürdigt zu werden. Was weiß ich, wenn es darum geht, einen Einstiegsjob anzunehmen. Sie meinen, sie hätten eine höhere Position verdient. Im Grunde könnten sie das Unternehmen, bei dem sie jetzt ihr Praktikum machen, unhin besser führen als das aktuelle Management. Es mangelt diesen Töchtern oft an Respekt gegenüber Vorgesetzten. Es sei dann diese äußere Bewunderung für die Tochter. Solange sie die entsprechende narzisstische Versorgung haben, kann es sie etwas milder stimmen. Das Verhalten bleibt unangemessen. Zehntens, Interesse an materiellem Besitz. Narzisstische Töchter haben ein sehr hohes Interesse an Erbschaften und materiellem Besitz, oft übermäßige Sorge um die Langlebigkeit der Eltern und deren Ausgabegewohnheiten. Es könnte ja zu wenig übrig bleiben. Narzisstische Töchter können ihre Eltern sogar deshalb gut behandeln, weil sie glauben, dass das ihr Erbe erhöht. Sie sind dann in vielerlei Hinsicht ziemlich berechnend. Ja und? Eine narzisstische Tochter zu haben, kann für Eltern eine ziemliche Herausforderung sein. Es führt oft zu Schuldgefühlen, zu Frustrationen. Eltern, die das bemerken, werden oft mit kognitiver Dissonanz reagieren. Sie wollen es nicht wahrhaben. Es kann nicht sein. In vielen Fällen kann die Beziehung so angespannt werden, dass sie die Beteiligten entfremden. Manchmal einvernehmlich, manchmal getrieben von der Entscheidung der Tochter oder dem Bedürfnis der Eltern, sich selbst zu schützen. Und das ist oft tatsächlich auch erforderlich. Ich hoffe, dass dir Beiträge wie dieser hier weiterhelfen. So unangenehm das Thema ist. Eine narzisstische Tochter kann eine ziemliche Herausforderung sein. Es ist wichtig, dass du weißt, was zu tun ist, was möglich ist. In zahlreichen Beiträgen von mir findest du Gelegenheit, dich zu informieren über Möglichkeiten, was vermutlich zu erwarten ist. Und ich lege dir ans Herz, triff überlegte Entscheidungen. Es wird nicht von allein besser. Ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, dass du deinen Weg findest. Wenn du Erfahrungen mit narzisstischen Töchtern, mit Narzissten allgemein Fragen oder respektvolle Kommentare hast, bitte. Vielleicht gibt es ja auch etwas zu ergänzen. Vielleicht bist du einer anderen Meinung. Tauschen wir uns aus, unterstützen wir uns, machen wir uns Mut. Sei Teil der Community. Carsten Nuack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Vielen Dank.